Hier kommt die nächste Frage. Bernhard Nuss absolvierte 66 Langdistanz-Triathlons im Jahr 2019 und ist nicht nur unter Triathleten bekannt als Eiserner A. Franke, Hesse oder Saarländer. Der Blick bleibt vorne, bitte Katharina. Ich darf aber nach hinten gucken, aber Hans-Martin hat auch gar keine Ahnung. Bernhard Nuss. Bernhard Nuss. Was hast du genommen? Ich habe A den Franken genommen. Ist ja der Eiserne Franke. Franke. Ich hoffe es, ja. Na bitte, guck mal, nächster Schritt für dich kann ich nicht mehr. Läuft. Was sagt der Jäger, der Eiserne Steglitzer? Ja, also in Rot, da macht man ja gerne Triathlon. Ganz genau. Weiter geht's. Einer kann mich nicht mehr. Jetzt sind die Terror und da. Das ist dasynamischeka ausein-Triathlons. Vielen Dank.